Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom Eternal. Okay, ähm... Achso, ich hab das mit dem Wasser noch nie ausprobiert. Andererseits... Okay. Da wär noch ein Leben. Hm, Gewitter? Das war nicht im Spiel. Ah. Okay. Ach, damit können wir wahrscheinlich ins Wasser, ne? Taucheranzug. Kennen wir ja schon. Ich glaub, das Symbol ist ein bisschen anders als beim letzten Mal. Ah, und jetzt können wir uns die BFT-Munition wahrscheinlich holen, ne? Hm. Warte, da hinten ist noch was, seh ich gerade. Moment. Hm, ja. Ausrüstung. Das war's. Okay. Aber auch nicht schlecht. So. Äh, wir müssen jetzt... Irgendwie durch. Ach, da ist ein Nachschub. Hm. Hm. Hier ist ja alles zu. So wie's scheint. Hm. Hm. Ja. Gibt's denn die Möglichkeit irgendwie außenrum? Oder können wir da irgendwie rein? So. So. Ein Nachschub. Vielleicht können wir da raus. Hm. Ah. Ähm. Ah, müssen wir das Wasser ablassen. Das könnte sein. Ist hier auch was? Nein. Gut, wie komm ich da hin? Gut. Wie komm ich da hin? Ah, wir können raus. Okay. Oder? Ja. Okay, nett. Allerdings keine Beef Tee. Gut, dann geh ich grad noch mal raus. Guck mir das noch mal an. Hm. Also laut Kart ist es dahinter, ne? Von da irgendwie runterspringen? Hm. Oh, da ist hier irgendwas im Boden. Was ich ehrlich gesagt grad nicht so sehen kann. Na genau, das haben sie drin. Den Bereich. Da ist was. Okay. Weil du müsstest halt auch irgendwie dahinter kommen. Hm. Ich komm halt hier nicht durch. Gibt's die Möglichkeit, das zu öffnen? Hm. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwie ganz am Rand mit langen kann. Hier ist komplett zu. Hier ist auch nichts zu reißen. Also da hinten darf ich halt passieren. Aber ich hab halt... Keine Ahnung. Jetzt muss ich doch den Boden nochmal absuchen. Hm. Hm. Vielleicht muss ich mal einen Schritt machen und gucken, wo das hier weitergeht. Ich kann absolut nichts erkennen hier. Sonst seh ich halt keine Möglichkeit, das hier irgendwie weiter zu schaffen. Hier ist es halt auch einfach so dunkel, ne? Hm. Gut, dann würde ich sagen, ich probiere noch ein bisschen rum und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich entweder wachs oder nichts gefunden habe. Okay. Ich bin seh nochmal... Also nachdem ich da unten nicht weitergekommen bin, bin ich nochmal zurück. Was stellt dir jetzt eigentlich noch ein Knopf? Mal gucken, was der bringt. Da ist immer noch abgeriegelt. Hat sie jetzt hier was getan? Ah, sehr schön. Ja. Okay. Dankeschön. Jetzt sind alle offen. Okay, dann hier hinten war ja auch noch was. Ah, das ist klar. Das ist eine gute Bissung, die haben wir jetzt ja wenigstens. Na, schauen wir erst mal, was es hier wird. Ah, okay. Oh, fuck, die Zeit ist sehr, sehr knapp. Mhm, mhm, mhm. Vielleicht doch Raketen oder irgendwas nehmen. Und andererseits... Vielleicht die Granaten nochmal wechseln. Kann ich das hier überhaupt? Und was weiß ich mit dem Tempo-Boost? So, das möchte ich, glaube ich, gerne mal auswechseln. Ich könnte auch das Waffenrad anpassen, praktisch. Ah, mit Geh, ne? Ja. Gut. Dann nochmal. Das war, glaube ich, echt knapp. Okay. Zweiter Versuch. Da kann ich doch mit arbeiten. Wir hätten auch den Corricule nochmal gehabt. Bzw. den Punktumschlag. Das heißt, wir haben dann hier alles erledigt, oder? Tatsächlich, ne? Jupp. Dann können wir jetzt endlich mal weitergehen. So, wir haben jetzt lang genug. In diesen zwei Räumen festgesetzt. Zwei Folgen lang ungefähr. Nicht ganz. Aber gut, war ja auch einiges mitzugeben. Generell habe ich das Gefühl, dass die Monster, also die Encounter zugenommen, und die halt einfach mehr Monster hier reinschmeißen, dass die Level wahrscheinlich etwas kleiner sind, aber du trotzdem halt länger brauchst, weil du halt mehr Monster zu bekämpfen hast in der Zeit. Und das halt, wie gesagt, wesentlich schwieriger ist als das Hauptspiel. Noch einigermaßen machbar, aber halt wesentlich schwieriger. Knopf zu drücken. So. Gut, das war jetzt meine Ausnahme. Das waren jetzt nicht so viele Gegner. Gut. Aber mitzunehmen ist jetzt da hinten erst wieder das Leben. Mhm. Was wir von hier aus nicht kriegen, wie es scheint. Gut. Ne, da müssen wir... Okay, da müssen wir da hoch und dann halt zurücklaufen. Okay. Okay. Gut. Gut. Alles klar. Und darüber geht's dann zurück. Ja ora? Ja, also. Ja. 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 Nein. Stimmt, ich habe ja noch die Ruhnen drin, dass die Munition geben. Reißt. Wird halt einfach kein Leben hier gegönnt. Sehen die anders aus? Was ist das? Und ihr sterbt einfach so Okay Hatte ich mit Leben Im Faszin des Wortes Hm Ja, wie gesagt Es wird einem hier nichts gegönnt Kommt aber eh nicht mehr zurückkommen Hm Das wird dann auch einigermaßen hier ausgerüstet Okay Mhm Hier Sieht gut aus Gut Das heißt, wir haben hier alles Das sieht wieder in einer Kampfarena aus Wo es nicht angezeigt wird Mitgenommen haben wir alles, ne? Ja Hm Mhm Yep Okay Ja Ja, das ist mir doch Wesentlich lieber, muss ich zugeben Mit dem Mit dem Mit der Zeit verlangsamen Ich gu��를 Ich gucke nicht Okay Hey Das ist ja schön, dass du dich für deinen Buddy opferst, aber den hätte ich halt lieber weg. Ich muss das Waffenrad nehmen, das geht deutlich schneller. Okay, noch ein paar Raketen. Wir brauchen Munition. Langsam auch mal wieder leben und vielleicht ein paar Raketen. So, hier läuft der Nachschub. Geht doch. Wieso lebst du denn noch? Okay. Okay. Das hat nicht ganz gesessen. Hier stört mich gerade beim Zielen. Dankeschön. Schneller aufladen. Bitte. Das auch noch. Dann gehen wir mal auf die Suche. Okay. So, wir haben hier, ne? Das ist gut. Das ist gut. Au Einmal bitte Munizion Ah, du bist ja nicht mehr fast, okay Also wenn die jetzt nicht mehr so blau am Rand sind Weiß man auch oder weiß ich auch nie, ob die jetzt glory kill bereit sind oder eben nicht Gut, sonst noch was Die Folge ist schon ein wenig länger überzogen Von daher Aber es ist auf jeden Fall noch klein Okay, vielen Dank So, dann soll es auch für die Folge gewesen sein Ich bedanke fürs Zuschauen Ob ihr halt Spaß seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und bis dahin Macht's gut und ciao, ciao